Die Susi und ich, wir standen schon immer auf unsere ganz eigenen Kreationen. Wir verspeisen, wir müssen mit Wasser und nichts werden. Und dann haben wir auch zusammen im gleichen Laden angefangen. Dass ich nicht immer alles so hinbekommen habe, hat mir nie geschmeckt. Dreimal Burger mit Frau Ruhlverlag. Doch die Susi hatte wie immer das richtige Rezept. Es ist nie zu spät. Lernen Sie richtig lesen und schreiben. Das Eifer-Telefon hilft.